Jo Leute, ihr werdet es wahrscheinlich nicht glauben, aber Cäsar 4 praktisch, es ist neu und ich habe das nicht gezahlt, sondern gar nichts. Könnt ihr das glauben? Unausgepackt. Ja, das werde ich mal probieren. Auf was probieren wir das denn? Weißt du das? Das da. Ein alter PC. Einer der letzten für 4 zu 3. 4 zu 3 Verhältnis. Darauf spielen wir das da. Unglaublich, ne? Wer kann da mehr sagen? Okay, prob ich da mal aus. Komplett in Deutsch zu gehen. Aha, also es ist kein Deutsch zu spielen. Kann ich das auspacken? Oh, mit einer ist es schwer. Das ist wirklich neu. Scheiße. Und ich bin's blöd, das auch so machen, ne? Aber ich bin ja kein Sammler. Es hat auch kein Sammlerwärts, glaube ich. Weil sonst würde ich das ja nicht für 1 Euro kriegen, bzw. gar nichts. Sehr praktisch gar nichts, Leute. Aber ich habe wirklich keine Euro gezahlt dafür. So, einen Teil haben wir schon. Oh, zu spät schon. Wenn das 1 Millionen Euro wert wäre, dann kann ich mich auch aufhalten, bis zum Geh nicht mehr. Aber, ich bin der richtige Wildespieler, also gibt es kein Sammlerwärts für mich. Sowieso kein 1 Millionen wert. CS-Wafie kriegen wir überall. Am Arsch der Welt sogar. Falls ich nicht da war. Es ist wirklich so. 1 Euro. Neu. Neu, Alter. Schau her. Lage neu. CD1. Aber schau jetzt mal die CD an. Ist das neu oder ist es nicht neu? Schauen wir es in den Kommentaren. Aber schau her. Mit eigenen Augen. Null. Nichts. Gar nichts. B-S-S-T-Servier-Arben. Musst du, glaube ich, den Code angeben. Hmmm. Das ist noch an CD2. Wie das erwähnt haben. Da ist er hier, ne? Der ist jetzt schon drin, was ich dir ans. Ah, da hinten ist die CD2. Wie ich es mal herkriegen könnte. Moment. Hier ist es jetzt ja ein bisschen hier im Dunkeln. Kriegt man die CD2 denn raus? Meine Fresse. Ah, falsche. Falsche Seite. So muss ich etwas kaputieren. So, CD2. Minus 2000, Minus XP. Das ist ja der IBM. Minus XP tatsächlich. Ja, von Sierra. Ja. Was sagt ihr dazu in den Kommentaren? Ja. Dann sagen wir, ihr habt doch viel Spaß oder nichts. Wir sehen uns dann. Nicht nur K-Spiel, sondern auch solche alten Videospiele. Gehen ja auch noch. Ich hab's dann noch nie gespielt, also wünsche mir Glück. Ich bin kurz gelöscht. Ich bin nochmal mit einem Film.